Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phasmophobia hoch 3, also Schismophobia hoch 3. Hier, ne, der Witschi, der sagt, er hat keinen Schiss, er ist der Mutigste von uns allen. Genau, genau. So, auf jeder. Ach, guck mal, der braucht wieder am längsten, der aus Hessen, da. Mann, 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 Mann. Ist ja auch näher in der Schweiz dran, ne? Langsam. Bestellt. So. Guck mal, äh, äh, er ist schon tot. Steht ein Fragezeichen. David. Ah, der kommt gleich. Beim Hochladen, beim Hochladen getötet. Der so genannte Streaminggeist. Ey, was braucht der heute so lang? Uff, wir haben uns doch alle erledigt. Wahrscheinlich schon zu viele im Internet drin. Ja, würde ich auch so sehen. Zu viele, die das Spiel daddeln. Da ist er. So, 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 so. Das ist schön. So. Kruzifix, äh, Seils, EMF, Carol Jackson. So, was brauchen wir ja noch. Äh, Taschenlampe als erstes nimmst du. Da, unten. Richtig. Dann nimmst du am besten hier EMF. Das mit den bunten Lichtern. Komm mal zu mir. Das nennt sich unter Ghostsantan übrigens K2. Richtig. Und du nimmst am besten ein Geisterbuch mit. Da unten. Richtig. Ich geh extra für dich langsam. Bitschi. Kannst doch schneller laufen. Ich weiß nicht mehr, wie läuft. Das wär gut. War ja nur nett gemeint. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Hammer. Geist ist wahrscheinlich in der Küche, weil hier trampelt er irgendwo. Ja, ich geh erst mal hier überall Fotos machen. Wenn er einen Knochen hat, sagt er Bescheid, ne? Handherz. Und nicht in der Küche, sondern in der Esshecke, hier in meine Küche. Ey, hier gibt's Klopapier. Äh, Klorollen. Das ist ja wichtig zu Corona. Ach, Knochen gefunden. Was? Wenn du die Sicherung findest, sollst du die mal anschalten. Oh, alles müssen Frauen machen. Ernsthaft? Hier sind überall nur Zimmer. Ganz oben im Dach oben. Ja, klar. Wo ich gestern gestorben bin, läuft bei dir. Ich geh mal hoch. War schön mit euch. Tschüss. Fingerabdrücke. Brüll nicht so. Ich komme. Strom ist an. Bin jetzt krank und sensibel. So. Ich komme. Ja, dann brauche ich einen neuen Fotoapparat. Ich habe nur noch ein Foto. Ich gucke mir nur schnell ein Fotoapparat. Oh, irgendwann überhole ich mich selber hier. So schnell das Spiel? Wo bist du denn? Ich bin in der Küche, aber im Effekt. Okay. So, wo hast du denn hier, äh... Fingerabdrücke. Und Geisterbox. Jupp. Also, einmal eintragen. Fingerabdrücke. Und Geisterbox. Hammer. Fingerabdrücke. Hammerjut. Wo? Oh, ist es dein Ernst hier jetzt? Ja, ich bin jetzt aber... Ich bin jetzt aber todesmutig und bringe erst mal eine Videokamera rin. Ja, ich. Ja, ich. So. 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 Wir haben Fußspuren. Okay. Das ist alles gelaufen. Ja, gut. Der liebe Vitschi holt sich mal bitte eine Pille ab. Der liebe Vitschi, bitte. Ja, ja, schnuppig. Ich wollte keine Smarties heute. Tag. Guten Tag. Warten das Futterverkauf. Ich. Ich komme. Ich bin schon da. Ich überhole mich gerade selber beim Laufen. So, was denn? Der hat jetzt die Dose hier auf. Ich bin hier. Die haben wir schon, den Fingerabdruck. Ne, den haben wir noch nicht. Ne? Gut, jetzt haben wir ihn aber. Geisterbuch. Geisterbuch. Da haben wir einen Spirit. Einen Spirituosen-Geist. So, was müssen wir noch machen? Kruzifix. Kruzifix. Ach, schön. Wo haben wir denn überall Kruzifixe zu liegen? Warte mal, habe ich nur noch zwei jeweils? Eins. Äh, jeder. Wir müssen nur noch Kruzifix machen. Ja. Achso, David, wenn du ein LKW isst, sagst du mir mal den Namen, bitte? Wie fühlst du? Was ist denn der Name hier? Jackson, äh... Koron. Jackson, 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 Jackson. Zeig dich. Jackson, dein Nachnamen kann ich nie aussprechen. Ich halte einen Knoten in der Zunge. Jackson. Jackson, oh, Jackson, oh, Jackson. Am besten aufs Kreuz raufstellen, Witschi. Damit war sehen, wann verschwunden ist. Ich weiß nicht, wo der zweite Kreuz hier ist. David, wo hast du eine zweite Kreuz hingelegt? Ich habe nur ein Kreuz da im Dings hingelegt. Zweite Kreuz weiß ich nicht, wo der ist. Okay. Dann hatten wir nur eins dabei, anscheinend. Ah, okay. Jackson, 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 Jackson. Jackson, du kleine Dreckssau. Jackson, dein Nachnamen kann ich nie aussprechen. Zeig dich. Oh, wo ist denn diese Spirit-Box hier? Die hat mir auf den Sack. Da liegt der noch in der Hand. Ach, Salz. Brauchen wir ja nicht mehr. Das ist egal. Wir haben Haus immer direkt gemacht. Ja, richtig. Oh, du bist ja nervig, ey. Oh, wo ist das Kreuz? Da. So. Ah! Die kam auf mich zu! Blöde Kuh! Ey, Kapsel, ihr seht. Das Kreuz ist aber immer noch nie weg. Ist ein weiblicher Geist, aber hat einen männlichen Namen, also scheinen ein Transvestit-Geist zu sein. Ein Transen-Geist-Geist-Geist. Äh, Schneckchen. Komm mal hier so bei der Mutti und nimm mal Kreuz weg. Und mach mal weiter vor, bitte. Danke, danke. Und einfach hinlegen. Hä? Warte. Jackson! Jackson! Fräulein Jackson! Weg, 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 weg! Nicht da lang, nicht da lang, komm zu mir! Ah, scheiße. Ja, jetzt! Hab ich die Hände! Ah, Mist, äh, ich brauche ein Fotoapparat, um die Leiche zu fotografieren. Wir haben keine Dings mehr frei im Buch, also Fotos sind alle verschossen. Ja, jüd. Der ist genau vor mir, weil er hinterhergelaufen ist. Die nimmt das Kreuz nicht mit, die blöde Eule. Die ist genau, äh, fast auf dem Kreuz auf ihm ploppt, die nimmt das nicht weg. Doofe Kuh, ey. Da können wir auch abfahren. Äh, Vici, hast du alles? Spirit hast du? In der Um. Ja, dann lass uns abfahren, dann ist es schon wieder hier mit dem Kruzifix zum Kotzen, ehrlich. Der Kruzifix ist am meisten scheiße. Ja, wohl wahr. Der Vici ist ja schon wieder kaputt, Alter. Wir kriegen dich aber noch hoch in Level, sonst ist das nicht. So. Achso, ich sollte mal einen Job aussuchen, wach? Ja, das ist nur das Einzige. Fortgeschritten, oder was? Joa, kann man jetzt mal fort. Ist das dein einzigste Farmhaushalt? Na gut. Ansonsten hätten wir ins Prisdale, die Must. Oh ne, da will... Da will China freiwillig hin. Vielleicht Gefängnis geht ja noch. Ja, dafür hab ich, glaube ich, noch zu sehr Schiss. All right, we're here. Lippie. All right. No. Kruzifix, Foto und Rolke-Stäbchen. Hey, David Jackson. Haha. Ja. Namensvetter, wa? Von dir. Ja. So. Witschi, du nimmst wieder das gleiche, wie vorhin war. Ja. Witschi, wenn irgendwas ist, immer fragen, ne? Supra, mal ehrlich, wir sind da für dich. Alles gut, alles gut, wir sind da für dich. Äh, Knochen in der Küche. Ich komme gleich, fotografiere nur die letzte Puppe oben. Da, wo die letzte Puppe drin ist, hat sich so angehört. Okay. Hier sagst du, der kann mal auch hin, da weiß man, wo der Geist auch hin ist. Ja, hat sich auch so angehört, Schritte und das, was runtergeschmissen worden ist. Muss mal ne neue Kamera holen, hier ist nur noch eh ein Bild drauf. Alles klar, der ist oben im Bad. Ja, dann hol ich mal ne Videokamera. Das ist wichtig. Achso, was haben wir müssen eigentlich machen? Äh, Kruzifix, äh, Foto vom Geist, äh, äh, Räucherstäbchen, gut. Wie hieß der Vogel? Ich war schon Zeuge. Da wird Jaxhorn, heißt er. Ach, hast du einen Verwandten gesehen, ja? Irgendwo habe ich den, habe ich den gehört, ja, der war gerade neben mir irgendwie. Wir waren zusammen im Bad drin. Oh, wie romantisch. Hallo Mona. Schö. Hallo. Da ist er, Mann. Bist du hier? Warum bist du hier? Leck mich am Arsch. Dann eben nicht. Oh, ich muss mir ein neues Equipment holen. Ich hab nichts mehr. Kannst einfach hinschmeißen, das EMF. So, ehe eine Kamera steht. Ich hab da mal ein Buch hingelegt, das was ich beschreiben muss. Das ist aber fein von dir, Eiferpüppst du. Kriegst du gleich ein Bienchen ins Haus auf Gornheisen. Mehr Abdrücke. Ja, Moment, jetzt hab ich erstmal Räucherstäbchen bei. Damit wollen wir die Ufjam hier schneller erledigen. Hier unten vor der Tür liegt eine Kamera. So. Einmal das Fenster da, geradeaus. So, Räucherstäbchen haben wir erledigt. Was hast du da für eine Kamera eingelegt? Da ist nichts mehr drauf. Ja, war nur noch ein Bild drauf, hab ich doch gesagt. Entschuldigung, Bitchi. Da ist doch gesagt, da ist nur noch ein Bild drauf. Ich bringe gerade eine frische, eine ganz frische. Und überhole mich schon wieder selber beim Laufen. So, wo haben wir noch Fotos? Wo soll ich noch ein Foto machen? Hier, am Lichtschalter. Haben wir. Was willst du von uns? Wie alt bist du, Mensch? Du bist doch mal heute aggressiv. Wo bist du? Schon durchgelaufen. Das war schon wieder ein Schritt. Ja, du mich auch. Brauchst du mir noch mal ein Ohr, Fräulein? Dann hat der Arsch Kirmes. Kloppert ja wohl nicht hier. Blöde Eule. Wenn man zu mehren ist, ist man mutiger, Freunde. Ja. So. Ich kann's auch nicht selber eintippen. So. Foto vom Geist immer noch. Scheiße. Äh. Brauchen wir noch irgendwas? Ja, äh. Crucifix liegt oben. Ich hab noch drei Bilder drauf. Also ich geh mal hoch. Achso, wie hieß denn der? Ja, David Jackson. Danke. Und wenn ich tot bin, bitte über Discord. Machst du hier noch mal die Sicherung raus. Hat der Arsch Kirmes, David? Jackson. Ja, ist ja gut. Ich mach nicht mehr die Sicherung raus. Okay. Ähm. Was brauchen wir noch für Beweise? Ich frag nur für einen Freund. Brauchen wir noch zwei Beweise. Äh. Ja, die Friertemperaturen. Schön läufst du hier herum. Äh. Ruh. Ruh. Was haben wir? Fingerab... Okay. Ähm. Fingerabdrücke. Und die Friertemperatur. Was war noch für ein Beweis? Fingerabdrücke und... Okay. Und hauchst du mir noch mal ein Ohr, David Jackson. Ne? Ne? Schön, wie die hier läufst. Ohr. Obst du sehen, keine, gell? Äh. Ah! 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 Der ist voll auf mich zugelaufen! Alter, ich kenne ja! Tschüss! Gut, sie fickt erliebt. Ich weiß es nicht. Ich bin nur noch raus. Der war so hässlich. Ah! 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 Sehr schön. Ah! Wie sehr schön? Das war mein Schreck meines Lebens. Hast du gut gemacht, Anni. Der Kruzifix ist weg. Alter, willst du mich verarschen? Der ist voll... Ich hab den fotografiert. Oh, ernsthaft. Oh! Nee, ich fotografier das nicht, wie du siehst. Das ist ein Arschlochgeist, ey. David Jackson, David Jackson, David Jackson, David Jackson david jackson david jackson jackson david please zeig dich ich möchte mal kurz ein foto von dir machen bin dann gleich wieder weg schnickchen bist du da mensch bist du da was willst du david hallo wo bist du guten morgen da noch ein beweis seid ihr schön am zocken ja ich habe das kreuz bei mir ich habe mich ausgesperrt bin bescheuert ich gehe mal kurz mal meiner zähne die gucken ich habe das kreuz hier bei mir david ja 24 prozent schaust 22 warum nur noch foto ist warte mal kurz so mal eine pille nehmen haben wir wie viel haben wir jetzt 62 david du solltest auch mal eine pille nehmen und nur das scheiß foto und einbeweis was foto und einbeweis okay emf vor der polter äh emf vor der äh geisterbox wo gehst du hin twitchy der ist hier oben ja keine ahnung ich sollte mir das haus immer genau angucken ob ich vielleicht einziehe na du kleine pissenhäcke emf fünf ähm ja ich stehe genau davor ich warte nur eigentlich auf dass david jackson mir hier mal erscheint damit ich ein foto machen kann david jackson kann ich mal hier so ich möchte nur mal ein foto von dir ja nur noch ein foto das war es dann sind wir alle wieder weg richtig david jackson 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 hier funktioniert bei club auf wenigstens hier sind deine arm ich stehe mit dem raum wird ja waschbecken david jackson hat das runtergeschmissen david jackson jackson david david oder david kann man dich nennen hier herr jackson david jackson david jackson david jackson david jackson hast du scheiße nur eine interaktion ja du kriegst sie nicht der ist so schnell weg david jacksonARDER sag dich mal bitte noch mal ich möchte nur noch ein vidschi wo bist du ich beobachte euch aus sicherer entfernung wald sterben reicht erschreckt ihr euch so schön bei dem erschreckt ihr euch auch noch so schön bei dem spiel nein nein meinst du Also ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal, oh, Fasmo, spielst du das auch? Dann sag ich, nein. Ich sag, das solltest du mal machen, du erschreckst dich ganz oft. Da empfehle ich, da empfehle ich den YouTube-Kanal von Paragora, Anni & Friends. Da sieht man, wie Anni sich immer erschreckt. Ja, geil, das muss ich mir doch glatt mal reinziehen, Anni. Ey, Anni, ich sag nur vorhin, ne, wo der Geist sogar noch entgegenkam. Ja, alle mobben mich. Oh, willst du ne Runde Mitleid? Gibt's net. Mona, gerade du, weißt du? Ich glaube, mit dem Foto ist mir doch nix mehr geworden. Nee, ich lobe auch nicht, das ist schon wieder so ein Arschlochgeist, ganz ehrlich. Der ist vorhin schon auf mich zugekommen, ich hab abgedrückt, das ist nicht zu sehen. Alter, ihr mobbt euch doch gegenseitig. Jesse, Handherz. Jesse. Und jetzt mal an die Zuschauer. Handherz. Warum sagt ihr nicht? Handherz, weil ich zuschaue. Ähm, ja. Ja, und ich bin doch am Backen. Alter, wir sind jetzt für die beiden Geister, die wir jetzt gemacht haben, 32 Minuten, fast 34, äh, 32 fast 34, ja, 33 Minuten. Das sind so richtige Arschlochgeister diesmal. Da waren wir eben kurz in der Zwischenflift, ja, weil das schwirrt. Hast du da was vorgezogen? Ja, da kannst rauskommen. Alter, schön in der Badewanne. David ist ja ein, äh, ein Bouilleur. So einer, so einer bist du, David. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt sag ich, Jesse. So, habt ihr alle eingetragen? Jo. 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 Was liebst du für Tabletten? Nee, nee, welche sie nicht nimmt, ist die Frage. Ja. Ich bin Natur-Stound. Und das weitere Mobbing seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.